Es lohnt sich, diesen Nissan einmal näher anzuschauen. Er hat einen Dieselmotor und ein manuelles Getriebe. Nehmen Sie am Steuerplatz und entdecken Sie die komfortable Ausstattung mit einem multifunktionalen Lenkrad, einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einer Klimaautomatik. Zur Ausstattung dieses Autos gehören ebenfalls ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017